So, neuer Versuch. Diesmal bin ich ein bisschen klüger. Nehm den hier. Interesse daran auch. So, schön. Schön, schön, schön. Äh, vielleicht guck ich erstmal, wo ich überhaupt lang muss gleich. Damit ich nicht hilflos hier rumwasche. Okay. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Hm. Ja, ein bisschen Munition bespart, schön. So will ich das sehen. Uah. Schreck mich nicht. Drecksding. So. Muss ich hier lang lang, oder wie ist das hier? Oder wie, oder was? Oh, die Geräusche hier, ne? Das ist ein echtes... Oh, ey. So, jetzt habe ich hier alles gekleert, soweit. Geh nochmal kurz. Dann haben wir das auch. Jo, alles klar. Dann können wir das Ding jetzt öffnen. Und nochmal in richtig machen. Ich hoffe, ich muss da auch irgendwo lang. Okay. Und los. Geöffnet? Nein. Ich muss da komplett offen sein. Jetzt? Ja. Go, go, go. Gordon. Ja, hier muss ich nicht lang. Shit. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier hoch? Hier ist zumindest Luft. Das beruhigt. Dann können wir jetzt den richtigen Eingang oder Ausgang suchen. Hä? Hier ist er nicht? Boah. Also, ich glaube, früher habe ich mich nicht so hoch angestellt bei dem Spiel. Das kann ich wohl behaupten. March. Wo muss ich lang? Was willst du tun? Hier. Ja. Habe ich hier wohl klassisch ausgetrickst, ne? Kleines Mistding. So. Energie. Das ist hervorragend. So, weiter geht's. Ladedaten. Äh. Noch mal das Übliche? Jo. Didi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Hey! Didi-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Hey! Wie geht immer diese typische Fahrstuhlmusik? Ich hab keine Ahnung. Hm. Ich überlege gerade. Eine typische Fahrstuhlmusik. Die ist aber ein bisschen geschildert. So. Didi-di-di-di-di. Wir kommen uns beim nächsten Ladenbildschirm in den Raum. Das sieht nicht schön aus. Ich möchte diesen Aufzug benutzen. No Energy. Wie es scheint. Hallo? Was ist hier los? Hä? Das schicke ich wieder nicht. Wo muss ich es lang? Hier irgendwas drücken? Hier so vielleicht? Auch nicht? Können wir hier rein? Können wir auch nicht? Hm. Hm. Check ich nicht. Kann man hier runterrutschen? Ah, ja. Man muss auf jeden Fall hier runter. Das weiß ich noch. Aber wie. Aber wie. Hm. Ich muss auf jeden Fall hier rein. Und? Ich finde den Weg aber nicht. Was ist das hier? Auch nichts. Ähm. March. Äh. Ähm. Hä? Hat er gerade einfach drum geflogen? Tatsächlich, oder? Wo ist das Ding noch? So. Ich habe ich. Ja. Müssen wir hier noch irgendwie Energie einschalten oder sowas? Ich habe keinen Plan. Ach nee. Jetzt wieder Daten. Oh. Oh. Da kriege ich mal nur Kopfschmerzen bei. Die, 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 die. Ich bin garantiert falsch. Der muss sofort daran. lang. Ja, muss ich auch. Mann, shit. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Natürlich geil, wenn man da blind spielt. Und vor Jahrzehnten keine Ahnung mehr hat, wie das war. Okay. Ich werde diese Interesse zerstören. Dann das hier machen. Control room. Watch your step. Okay. Ah, da oben ist ja so ein Ding. Aha. Aha. Trovato. Du hast es rausgefunden. Hier ist ja bestimmt eine Headcrap irgendwo. Ich gehe mal direkt vorsichtig an die Sache. Die kommt nämlich gleich hier rausgesprungen. Hier. Hinter mir. Vor mir. Auch nicht. Muni. Da ist wieder der Mexikaner. Roche. So. Das benutzen wir. Gute Idee. Ähm. Und. Und dann ist der wieder empty. Müssen wir hier ein Schalter drücken. Irgendwo. Ja. Irgendein Schalter müssen wir schon drücken, oder? Diesen. Hier irgendwas. Hä? Ach hier. Und. Und runter geht's. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich will nicht. Ja, hier ist ein Drecksviecher, ey. Ehrlich. Ich krasse mich jetzt natürlich tausend Headcrapes an. Wie viele sind da noch? Ja, komm schon. Hier direkt zieh ich ja. Ihr springt alle über mich drüber in den Abgrund. Idioten. Komm schon. Juhu. Ich darf hier nicht ins Wasser fallen. Das wäre ganz schlecht. Denn das ist elektrisch. Jetzt machen wir den Kiecher jemand platt eben. Och, ey. Wie viele die abziehen, ne? Das ist eine Unverschämtheit. So. Schnapp ich mir ne Wurme. Und bolt's hier mal durch. Ähm. Das helft. Den nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Ich hab schon ziemlich droher im Boat gezogen. So. Hm. Keep out. Hier, ins Wasser vielleicht. Sieht gefährlich aus. Klappt aber eh nicht. Warum blubbert das da so? Ich will's gar nicht wissen. Okay. Hey. Partner. Money. Warum krieg ich so viel Money? What the fuck? Jagt der sich selbst in die Luft, oder was? Äh. Muss ich da jetzt runter springen, oder was ist hier los? Für Zeit zu speichern. Überschreiten. Ja. Überschreiten. Probieren wir's? Kann man hier irgendwie so beobachten, oder so? Hm. Das wird mein Tod. Oh. Oh. Lade Daten. Tatsächlich richtig gewesen? Ich kann's ja nicht glauben. Hä? Ach so. Tatsächlich falsch. Plötzlich Prinzessin nämlich. Ja, das scheint auch nicht richtig zu sein. Aber da ist da so ein Haken. Kann man da drauf schießen? Ja, das wär auch zu leicht gewesen, ne? Hm. Dann. Muss ich überlegen. Wie's hier vorangeht. Äh. Hä? Das ist gar nicht so einfach hier alles. Und? Muss mich erstmal umschauen. Das ist gar nicht so... Wie's hier so sieht's aus. Vielen Dank.